Nur 1% können dieses Video bis zum Ende schauen. 1%! 1%! Werdet ihr zu den 1% gehören? Oder nicht? Oder seid ihr ein Versager? Das finden wir jetzt raus. Weiß ihr neu seid, lasst noch ein Abo da. Ihr Auge sieht... Und es tut wie ein... Sie hat aber auch so... Ihre Augen waren so richtig rund, wie so ein Fußball. Wer landet so? Und wieso rutscht sie so eine was? Wieso ist sie eine erwachsene Frau und rutscht die Kinderrutsche? Und wieso, verdammt, normal stehen da vier andere Erwachsene und klatschen und sagen... Yay, so toll, super, du bist besser, wuhu! Also wenn ich immer auf dem Spielplatz bin und Kinderrutsche rutscht, dann klatscht keiner. Ach so, Spaß, nee, ich bin auch nicht auf dem Spielplatz und rutscht Kinderrutschen, Alter, sehe ich so aus, oder was? Nein! Kann nur schief gehen. Oder spätestens, wenn du eine Frau siehst, die dir Wasser bringen will und alles über ihrem Kopf hält, also auf dieser Höhe. Digga, dann weißt du ganz genau, das wird auf deinen Kopf fliegen oder wird runter fliegen. Das wird nicht klappen, Digga. Wenn dein Auto so aussieht, dann muss einer sagen, neues Junge, da ist die Raucherlunge. Es war an diesem Moment, dass er wusste, dass er nicht war. Ja, gut, das kann auch nicht gehen. Okay, nee. Bruder, das ist einer von diesen Clips. Regie, bitte, Regie und Schnitt könnt ihr bitte diesen Clip nochmal in Zeitlupe laufen lassen, schwarz-weiß machen, mit trauriger Flötenmusik. Check out this random ball challenge and try to guess who it lands on. Das würde ich auch machen, das ist lustig. Das ist geil, das würde ich auch machen. Er tüft sich. Ey, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Das ist Day 12 of my series of making a batch of pasta dough, but the egg yolks double every time and today we made it to 2048 yolks. The dude on the left is about to pull an amazing prank. Okay, er macht einen krassen Prank. Ah, er tut zu mir ein Pantomien. Ah, strong, ich bin selber raus reingefallen. Ich habe zwar gehört, dass er einen Prank machen will, aber auch selber nicht gecheckt, aber das ist auch, pass auf, ich kann das auch, pass auf. Das ist krass. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Balloons are great toys for doggos. Okay. My boy, okay. Fam, Bruder, was, okay. Digga, das ist, mit dem wäre ich beste Freunde. Bruder, wäre ich ein Hund, wäre ich genau dieser Hund. Bruder, wollt ihr einen Backflip machen oder was war seine Mission? Wer weiß, vielleicht war da irgendein anderer Doggo, den beeindrucken wollte, vielleicht seinen Crush oder so. Dachte sich Backflip absolut komplett minus 5 Millionen Aura-Punkte gesammelt. Den Trend habe ich noch nie verstanden. Digga, ich kenne den. Digga, da schreit halt immer die Leute einfach nur random an, Alter, und machen ganz seltsame Clips, Digga, Alter. Da fühlst du dich halt unwohl, Digga, aber es ist geil, es ist geil. Oh mein Gott, hat mich das Video sauber gemacht. Digga, da ist alles gerade abgebrochen. Junge, bin ich gerade sauer geworden. Alter, das will ich, ne, Digga, ich guck mir das nicht nochmal an. Wieso habe ich mir das nochmal angeschaut? Geht's dir ganz gut? Okay, Jungs, welche Farbe hatte ihr Oberteil? Ja, komm, jetzt sagt's mir, Jungs. Nicht zurückspulen. Welche Farbe hatte ihr Oberteil? Ja, ich hab dich erwischt, ne? Wisst ihr was? Ich kann's euch nicht mal selbst sagen, Mann. Okay, Bruder, also deinem Gesicht zu Urteil nach. Bruder, der sieht aus wie der Joker. Der sieht aus, wie wenn er mich gleich in meinen Albträumen heimsucht, wie wenn er zu Momo wird, Alter. Zu dieser gruseligen Gestalt, my boy. Der hat einfach einen ganzen Topf Nudeln in seinem Mund. Heilige Bim Bam, Alter. Also für die, die es nicht wussten, was das ist, das ist eine Tattoo-Folie. Hier, ich hab das selber auch immer, ich bin ja überall am Körper tätowiert, wisst ihr, ja? Lässt dir ein Tattoo stechen. Danach kommt eine Folie drauf, die bleibt drei Tage auf deiner Haut. Das hilft dem Tattoo zum Heilen. Und danach ziehst du die ab. Das tut aber übel mies weh. Deswegen bin ich dazu zurückgezogen und der zieht das runter. Heilige Bim Bam, Alter. Bruder, warte mal ganz kurz. Hat er gerade wirklich, hat er das gemacht, wovon wir alle als Kind geträumt haben? Ich sag's, wie es ist, ich bin jeden Tag an diesem Feuermelde vorbeigelaufen und dachte mir immer so, was passiert, wenn du da mal reinschlägst und den aktivierst? So macht natürlich keiner, weil das sau teuer ist und das eine Straftat ist, so gefühlt, ne? Bruder, aber er hat's für uns gemacht. Bruder, es piepst halt einfach. Wer hätte es gedacht, Digga, es piepst einfach und die Feuerwehr kommt. Also, Digga, hat sich gar nicht gelohnt. Ist seine Flasche gerade abgewogen? Ah, weiß ich nicht, sieht nicht so geil aus. Ja. Stark. Bruder, das ist safe-stage-wesen, Alter. Niemand benutzt heutzutage mehr so'n kleinen TV, oder? Ich mein, Bruder, guckt doch mal den TV an. Der sieht aus, wie einer von 1995 irgendwo gespawnt ist, Alter, und mit diesem silbernen Ding. Na, Fem. Du kannst mir erzählen, was du willst. Mittlerweile so'n Monitor, so'n kleines Ding, kostet 100 Euro. Das kann sich jeder leisten. Nee, Digga, das ist safe-staged, Alter, der Clip. Ihhh, ne Ratte? Wieso fasst er die an? Wie funktioniert's? Wie funktioniert's? Wie? Wie? Na, Fem. Bruder. Nee. Na, Bruder. Egal, was ihr sagt, Bruder, ich ess das nicht. Ich würd... Na, Digga, selbst für... Selbst für'n Towie, Alter, Digga, ich würd das nicht essen. Würdet ihr essen? Bruder, na, ihr könnt mir nicht das Geld zahlen, damit ich das esse, Digga. No way. Danach sitzt die ganzen Tage aufs Klo. Danach kommt's aus allen Löchern rausgepfeffert. Nee, Digga, also no front. Aber, Bruder, das sah mehr als gar nicht gut aus. Yes, sir. Nee, nicht yes, sir. We got Ronnie taken care of. It's this way. Bad Egg is eventually going to bust. What? Let's go. You like it? Yeah. Okay. I gotta go. Okay, come on. I gotta go faster. Yeah. Yes. Okay. Ja, okay, Digga, ob man da so ausrassert, wenn man aufm Eis schlägt, weiß ich jetzt auch nicht, Alter. Mittlerweile sind halt so viele Clips einfach staged, ne? Freunde, wenn ihr es jetzt bis hierhin geschafft habt, herzlichen Glückwunsch. Nur 1% schaffen wir es nämlich bis hierhin, Freunde. Hier ist eure Medaille. Ihr habt euer Abzeichen des heutigen Tages, habt ihr tatsächlich erhalten hier. Bitte schön. Das war eine Sidequest. Ihr habt die erledigt, Freunde. Gratuliert euch gegenseitig in den Kommentaren. Schreibt rein. Tauscht euch aus. Ja. Verwendet eine geheime Sprache. Was weiß ich. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal für mehr Videos. Let's go! Ja.